Hallo und willkommen zu dem letzten Video in diesem Jahr. Ich habe im Voraus überlegt, über was ich in diesem Silvester-Video reden mag und habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich gar nicht so viel erzählen möchte. Ich finde, wir sollten einfach das Jahr auf diesem Kanal ein bisschen ruhig passieren lassen. Und ich möchte euch einfach kurz danken, dass ihr trotz, dass dieses Jahr bei mir viel passiert ist und deswegen auch die Videos unregelmäßig kamen und so weiter, dass ihr trotzdem da geblieben seid. Dafür möchte ich mich sehr bedanken und ich wünsche euch einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein wunderschönes neues Jahr 2020. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.